Hallo Herr Unger, ich wollte mich erkundigen, ob Sie mir ein Angebot für die Sanierung meines Badezimmers machen könnten. Ja, natürlich gerne. Ich kann Ihnen ein Angebot direkt zu senden. Möchten Sie wissen, wie lange die Sanierung ungefähr dauern wird? Ja, das würde mich interessieren. Wir benötigen etwa 10 Tage, maximal 2,5 Wochen für die Sanierung Ihres Badezimmers. Natürlich kann es sein, dass es sich etwas verzögert, je nachdem, welche Arbeiten nötig sind. Das klingt gut. Und wie sieht es mit dem Termin aus? Können Sie mir schon einen genauen Zeitpunkt nehmen? Ja, den Termin können wir bereits fix vereinbaren. Wir können uns auf den 15 des nächsten Monats eingehen. Der Termin ist somit sicher. Danke. Das beruhigt mich sehr. Wie ist es denn mit der Bezahlung? Wie und wann muss ich bezahlen? Sie können nach den Leistungen bezahlen. Das bedeutet 50% des Betrags nach der Auftragserteilung, 30% nach der Hochmunttage und 20% nach der Fertigstellung des Badezimmers. Verstehe. Das sind klare Zahllungsbedingungen. Danke, Herr Unger. Ich bin froh, dass Sie mir ein Angebot machen können und dass ich weiß, was mich erwartet. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Das ist es.